Sie kommen daher dieses Jahr als verzeihbende Hexen oder verhexte Zauberer. Wir warten noch, bis sie kommen. Ganz schnell, ganz schnell, zwei Leute, kannst du so bleiben. Okay, ich gebe ihnen jetzt. Jetzt haben wir Space. Leute, du bist einfach drauf, so kannst du bleiben. Wir haben noch den von den Bländen drin. Ohne Töber. Lass sie weg von uns, schön langsam. Kurz auf das 1, Bettina. Da brauche ich dann jeden von 4. Ich komme dann auf das 4, sobald Dambi da ist. 3. Jetzt kannst du rechts eben durch, wieder auf den Kombo gehen. Tschöne. Super, total. Das ist eine schöne Idee. Und dann kommen wir dann auf das 4 ein. 4 ist, go. 3 schon. Und dann 6 ein, da vielleicht ist... Stopp. ... 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